Das müsst ihr zur Parallaxe wissen. Diese Zeichnung, die ist mir wichtig. So, malen, hier geht's, los geht's. Also diese Zeichnung verstehen, also wir bewegen uns hier und deswegen macht scheinbar der Stern so eine Bewegung. Da habe ich ein Video gemacht, das ist wichtig. Dann, Sie müssen wissen, dass es eine Kleinwinkelnäherung gibt, aber diese ganze Geschichte, die ich auch in dem anderen Video sehr ausführlich erkläre, die brauchen Sie nicht. Sondern Sie können dann die Formel, aber am besten in der anderen Form hier ist es noch schöner, r durch 1pc gleich eine Winkelsekunde durch p. Mit dieser Formel können Sie umgehen, wenn ich Ihnen einen Winkel gebe, p gleich 0,2 Winkelsekunden, dann können Sie das hier einsetzen und kriegen dann den Abstand in ein paar Sekunden raus. Oder andersrum, ich gebe Ihnen das r und Sie können dann den Winkel ausrechnen. Wenn ich ganz fies wäre, würde ich Ihnen das r in, was weiß ich, sieben Lichtjahren geben, dann müssten Sie das Lichtjahr in ein paar Sekunden umrechnen, danach erst einsetzen, dann käme der Winkel in Winkelsekunden raus. Sie könnten ihn dann sogar in Grad umrechnen. Genau, also das ist das eine, rechnen, und das andere ist anhand einer Skizze erklären, worum es überhaupt geht. Und dass da halt grob der Tangens ist, aber wie ich vom Bogenmaß ins Gradmaß komme, diese Umrechnung, das geht zu weit. Und dann geht's.